Moin Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Wir wollen heute mal reinschauen in die Pokal-Teams, wie sie unter der Woche gespielt haben und wie das das Wochenende für uns beeinflusst. Das heißt, wir gehen von allen sechs Bundesliga-Pokal-Mannschaften, was ja echt total wenige sind, und ja, gehen wir jetzt mal die Aufstellung fürs Wochenende durch und davon sind auch noch welche rausgeflogen. Dementsprechend, ja, der Pokal vielleicht so unterklassig besetzt wie noch nie oder wie schon lange nicht mehr im Viertelfinale. Darum soll es jetzt aber nicht gehen. Wir gehen direkt mal rein mit Gladbach gegen Wolfsburg. Ich habe viele Fragen von euch bekommen, gerade auch zu Leverkusen, Dortmund und Stuttgart. Und ich hoffe, wir können die jetzt alle mal klären und ja, vielleicht so ein paar Sachen beantworten. Ich habe mir Wichtiges aufgeschrieben zu Gladbach. Die haben 120 Minuten gespielt. Im Pokal, Wöber wird zurückkehren. Wir können die Aufstellung einmal kurz anschauen. Ich gehe davon aus, Wöber wird zurückkehren. Man hat schon für das Spiel im Pokal mit ihm gerechnet. Chiaro Dia musste spielen. Hat es für mich, für meine Begriffe, gar nicht mal so gut gemacht. Also kann auch nur mein Eindruck gewesen sein. Ich fand, er wirkte teilweise defensiv etwas unsicher. Ich fand generell, das Spiel war jetzt nicht sonderlich gut, aber Gladbach stand teilweise sehr tief und hatte Probleme. Ja, das Tor war eigentlich relativ viel Glück. Wolfsburg war komplett kaputt, dass Neuhaus da nochmal so durchbrechen kann über rechts. Naja, darum soll es jetzt nicht gehen. Man sieht schon, es wurden viele Spieler ausgewechselt. Ein Weigel, der muss dann am Wochenende nochmal spielen. Da gehe ich fest von aus. Und auch ein Player, da wird es genauso sein. Was Luca Netz angeht, hat man auch nicht viel Rotationsmöglichkeiten. Dementsprechend denke ich einfach mal, man wird wieder mit dem Gummo rangehen, weil Chavanchara auch angeschlagen ausgewechselt wurde. Wird man wahrscheinlich genau diese Aufstellung hier aufstellen. Ich kann mir höchstens zusammenreiben, dass vielleicht ein Neuhaus möglicherweise oder ein Hack noch rein rotiert. Ja, Rocco Reitz wurde aber nach 81 Minuten rausgenommen. Dementsprechend müsste man das wahrscheinlich nicht zwingen. Ich denke, Neuhaus und Hack wären so die, mit denen ich am ehesten rechnen würde. Vor allem, weil ich Hack auch in den letzten Wochen und Monaten immer ganz okay fand oder ganz auffällig als Einwechselspieler. Könnte man ihm das Startelfdebüt gönnen, auch vielleicht im Sturm neben Player. Könnte man auf jeden Fall mit rechnen mit einem Hack und auch mit einem Neuhaus. Die würde ich da auf jeden Fall beide auf dem Schirm haben. Und ja, für die linke Verteidigerposition sehe ich es eigentlich schon fast genauso wie Liga-Insider. Da wüsste ich jetzt gar nicht, wen man da aufstellen könnte. Man hat eigentlich nur Verletzte im Kader und dementsprechend müsste man da schon ordentlich rotieren. Man könnte natürlich einen Gummo nach links ziehen. Da gehe ich aber persönlich gar nicht von aus, weil man ja mit Netz momentan auch einen Spieler hat, der super in Form ist. Wir gehen noch ein auf Wolfsburg. Das ist ja sowieso immer eine Rotationsmaschine. Jonas Wind hat durchgespielt. 120 Minuten habe ich mir aufgeschrieben. Ich denke, der muss dann einfach auch mal eine englische Woche spielen. Hat beide Spiele durchgespielt, sowohl gegen Bochum als auch gegen Gladbach. Wir schauen uns kurz die Aufstellung an. Ich denke ganz klar, Thiago Tomas wird raus rotieren. Ich denke, Gerhard wird raus rotieren. Bei Asta Franks bin ich mir nicht so sicher. Könnte auch sein, dass er nochmal mit Arnold zusammenspielt. Wobei es mir eigentlich zu defensiv wäre. Da könnte man dann auch eventuell und so hat es, glaube ich, auch Liga-Insider gelistet. Und genau, mit Swanbeck spielen, da gehe ich auch stark von aus, dass man Swanbeck und Frank spielt. Ich denke, Liga-Insider hat das schon ganz gut gemacht. Die Rotation hier gut eingeplant. Würde ich auf jeden Fall mitgehen. Bei der Außenposition Paredes ist halt die Frage, ob der da spielt. Nachdem er jetzt zweimal auf der Bank saß. Man hat es wahrscheinlich mit ihm vorher besser geklappt. Man hat jetzt zwei Spiele verloren. Jens wird auf jeden Fall auch spielen. Und bei Wind würde ich eigentlich sagen, er rotiert. Ich wüsste aber wirklich nicht mit wem. Man hat bei Wolfsburg, Thiago Thomas hat auch durchgespielt. Und man wird Wind auch dieses Spiel machen lassen. Danach hat er genug Zeit, um sich zu erholen. Von daher, ja. Kann man zu Wolfsburg leider gar nicht so viel sagen. Weil bei Wolfsburg eigentlich immer die Rotation sehr absehbar ist. Die Leute, die gespielt haben, werden nicht noch bald spielen. Ob jetzt Franks oder Arnold spielt, tatsächlich will ich mich nicht festlegen. Die haben beide lange gespielt. Ich denke, man hat sich dann am Ende dazu entschieden, dass Arnold auf jeden Fall auf dem Platz bleibt. Weil er eben möglicherweise beim Elfmeterschießen ein wichtiger Schütze gewesen wäre. Dementsprechend, ja. Da hätte er dann auf jeden Fall geschossen. Und dementsprechend hat man sich wahrscheinlich dafür entschieden, Franks auszuwechseln. Also für mich ist die Auswechslung alleine da auf jeden Fall nicht ausschlaggebend. Wer da am Wochenende spielt. Ich denke, das war auf jeden Fall nur wegen dem Elfmeterschießen. Wir gehen weiter zu Frankfurt. Die wirklich desolat gespielt haben im Pokal. Sind rausgeflogen. J.B. ist jetzt am Wochenende schon geschont gewesen. Dementsprechend hat er zwar durchgespielt, 90 Minuten. Die wird er aber gegen Bayern wieder spielen. Man muss, spielt jedes Spiel gefühlt durch. Wird er dann auch wieder spielen müssen. Man hat einfach keinen anderen Stürmer. Ja, ansonsten hat Nkunku noch offensiv gespielt links. Der spielt sowieso in der Liga meistens nicht. Dina Ebimbe hat kein gutes Spiel gemacht. Es soll aber bei Frankfurt dadurch, dass sie nicht lange gespielt haben, nicht so von relevant sein. Ich denke, auch ein Dina Ebimbe wird in der Mitte wieder spielen. Ich könnte mir höchstens vorstellen, dass ein Götze auf Außenbeginn für Knauf einfach, weil, obwohl, nee, Knauf hat ja gar nicht gestartet. Knauf wird hundertprozentig starten. Ja, ansonsten, ich finde, die Verteidigung wird sowieso meistens wenig rotiert. Und Hasebe auf der Sech spielt normal nicht. Götze ist verkraft worden. Und Dina Ebimbe hat 46 gespielt. Also, ich denke, die Aufstellung hier ist schon relativ realistisch. Max wurde auch rausgenommen, bevor er in Kunku rausgenommen wurde. Max wird auch hundertprozentig spielen, denke ich mal. Ja, und die einzige Position, über die man noch streiten könnte, ist die von Dina Ebimbe. Ich denke aber, er wird auf jeden Fall dort in der Startelf stehen und dementsprechend auch auf jeden Fall die Acht bekleiden. Da kann man sich relativ sicher sein. Weiter geht es zu Leverkusen. Es wurde sehr viel rotiert. Ich sehe die Aufstellung hinten defensiv komplett. Genauso wie Liga-Insider. Frimpong war der einzige, der gefühlt von der Startelf hier von den Defensiven gespielt hat. Wir können auch hier kurz reinschauen. Gimaldon natürlich auch auf der anderen Seite. Ja, sonst wurde die Dreierkette komplett rotiert. Offensiv hat man dann Adli reingebracht. Ja, ich denke, Adli wird am Wochenende dann gegebenenfalls nur spielen, wenn Wirz ausfällt. Da wird aber, denke ich, noch kommuniziert werden, inwiefern das für Wirz reicht. Die Pressekonferenz wird das hoffentlich noch mitteilen. Stand jetzt ist es auf jeden Fall so, dass die Mitspieler, zumindest Hofmann hat zum Interview nach dem Spiel gesagt und auch der Trainer auf der Pressekonferenz, das Spielsonntag ist noch nicht ausgeschlossen. Inwiefern man ihn dann wirklich in die Startelf stellt, weiß man tatsächlich nicht. Es ist natürlich ein wichtiges Spiel gegen Stuttgart. Dementsprechend könnte es schon sein, wobei man mit Adli ja auch echt einen guten Ersatz hat. Dementsprechend sollten alle auf jeden Fall zu 100% spielen. Ich sehe auch einen Patrick Schick vorerst nicht in der Startaufstellung. Das wird dann im Januar wirklich sehr interessant, weil dann fällt auch diese komplette Doppelbelastung weg. Man spielt nicht mehr jede Woche Europa League. Und dann ist ja auch Boniface weg. Dementsprechend, ja, im Januar wird Schick dann sich vorerst dann auf jeden Fall durchsetzen. Und was passiert, wenn Boniface vom Afrika Cup wiederkommt, weiß tatsächlich keiner. Ja, dementsprechend würde ich jetzt erstmal damit gehen, dass die Aufstellung genauso steht, wie sie hier ist und man bei Wirz und Adli dann noch auf die News abwarten muss. Meine momentane Prognose ist tatsächlich, dass Adli spielt. Einfach aus dem Grund, dass man bei Wirz unnötig ein Risiko eingehen würde und Adli ja auch einer ist, dem man auf jeden Fall mehr Spielzeit in der Bundesliga am liebsten verschaffen würde. Das wäre jetzt halt die Möglichkeit dazu. Deswegen ist mein aktueller Standpunkt, dass Armin Adli auf jeden Fall starten wird. Wir gehen noch weiter zu Stuttgart. Was soll ich euch sagen? Also ich denke persönlich, dadurch, dass Stuttgart eigentlich nicht viele englische Wochen hat, dass sie die jetzt so durchknallen. Sie haben Milo nach 90 Minuten ausgewechselt. Sie haben Girassi nach 90 ausgewechselt. Ich denke, sie werden das genauso spielen. Angelo Stiller und Caruso sehe ich komplett gesetzt. Führig fand ich, wenn man je nach Formation, wenn man die Dreierketten-Formation spielt, fand ich Führig in letzter Zeit auf jeden Fall ersetzbarer, als wenn man die Formation spielt, wo er auf den Flügeln spielt. Da würde ich aber erstmal davon ausgehen, dass er auch spielt. Ich denke, auch Wagnumann wird nochmal spielen, wobei man das tatsächlich nicht voraussagen kann. Man kann auch jetzt davon ausgehen, dass Rohrout spielt und Anton die Rechtsverteidigung macht. Das ist auf jeden Fall naheliegend, weil im Pokal hat Wagnumann auch gespielt. Rohrout wurde eingewechselt, ich weiß nur gerade nicht wo. Ja, der kam auf jeden Fall genau für Unterfreien. So hatte Ligaanzider das hier gelistet. Ich denke persönlich, man wird die gleiche Aufstellung nochmal stellen, einfach weil man wenig englische Wochen hat. Man ist gerade übertrieben im Flow und ich denke, diesen Flow möchte man gerade gegen Leverkusen nicht brechen. Man hat danach eine Woche Zeit und es lohnt sich auch einfach jetzt für das Bayern-Spiel sich einzuspielen. Ich kann mir persönlich nicht vorstellen, dass man einen momentan sehr starken Enzo Milo rausnimmt. Das ist nur meine persönliche Meinung. Ich denke aber und ich würde auch als Milo-Besitzer ihn stellen, auch wenn Leverkusen natürlich ein hartes Spiel ist. Zu Hause ist da wirklich alles drin für Stuttgart. Bei Dortmund stellt sich das Ganze auch fast von alleine aus. Ich denke, Süle wird Rechtsverteidigung ziemlich sicher sogar, zumindest wenn er fit wird. Er sollte eigentlich für das Pokalspiel schon fit werden. Meunier hat für mich nicht die gleiche Qualität. Dementsprechend wird Süle spielen. Man braucht die defensive Stabilität auch auf jeden Fall. Ja, Benze bei Inni wird starten. Das ist denke ich mal klar, nachdem Rajasen jetzt auch ausfällt, wird er auch langfristig starten. Das ist auf jeden Fall. Dahin geht auch eine Kaufempfehlung, vor allem wenn man dann ja auch gegen Augsburg, Mainz und nach der Winterpause gegen Darmstadt spielt. Da wird alle Spiele wahrscheinlich Benze bei Inni machen. Von daher ist er jetzt ein ganz cooler Gamble oder ein ganz guter Spieler geworden vom Gamble zum sicheren Startelf-Spieler eigentlich. Weiter geht es dann. Ja, Sabitzer ist in der Halbzeit glaube ich rausgegangen. Soweit ich das in Erinnerung habe, war da auch was Angeschlagenes. Von daher würde ich auch tatsächlich damit rechnen, dass Özcan spielt. Wir schauen bei Sabitzer kurz nochmal rein. Genau, mit Blessur ausgewechselt. Von daher denke ich mal, auch Özcan wird spielen. Vor allem diese defensive Kompaktheit wird auch wichtig sein gegen Leipzig. Da wird man dann halt auch dementsprechend mit einer Doppelseck spielen. Und die einzige Position, die für mich wirklich noch offen ist, ist die von Beinu Gittens. Der hat 70 Minuten gespielt, damit eigentlich von den Stammspielern mit am längsten. Brandt kam ja erst zur Halbzeit. Füllkrug kam nach 25 Minuten, eben weil Moukoko ausgefallen ist. Ich hatte ja übrigens prediktet, dass Moukoko am Wochenende startet. Jetzt hat er im Pokal überraschenderweise gestartet. Ja, soll fürs Rauch ausscheiden, das tatsächlich egal sein, weil er nach 25 Minuten Füllkrug gespielt hat. Ich denke, man wird am Wochenende mit Adeyemi oder mit Mahlen spielen. Das ist nur meine persönliche Einschätzung. Ja, eigentlich muss er dieses Spiel gewinnen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er dann auf einen Spieler setzt, der schon zweimal nacheinander gestartet hat. Ja, es war jetzt zweimal nacheinander kein gutes, besonders gutes Spiel. Ich fand, auch gegen Leverkusen war man unterlegen. Und dementsprechend denke ich, man wird Mahlen oder Adeyemi jetzt aufstellen. Letztendlich ist das aber nur eine Einschätzung, meine Freunde. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen, ihr hört. Ich bin übertrieben krank. Von daher würde ich mich jetzt auch verabschieden. Schreibt mir weitere Fragen gerne in die Kommentare. Ich beantworte darauf, wenn zackt haben wir alles. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Macht's gut. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.